Hallo, ich bin der Carsten, ich mache meine Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik am Standort Leverkusen. Direkt am Werk liegt der japanische Garten, hier kann man auch schnell mal in der Pause abschalten. Von Leverkusen kommt man auch schnell nach Köln, Düsseldorf oder ins Ruhrgebiet. Meine Heimatstadt ist Köln. In der Altstadt kann man gemütlich in einem Café oder Brauhaus sitzen, auch Möglichkeiten zum Shoppen gibt es hier genug. Abends kann man an den Ringen in viele Restaurants, Clubs oder Bars gehen. Die Hohenzollernbrücke verbindet die Altstadt mit der Schärsig, wie der Kölner die andere Rheinseite nennt. Direkt neben dem Messegelände ist der Rheinpark. Hier kann man am Tanzbrunnen Konzerte besuchen oder gemütlich am Rhein schellen.